Aber da ist aber, man kann sich den geben, da sind auch ein paar so Witze, die so ein bisschen um die Gürtellinie gehen, aber das ist ein bisschen unwitziger, deutlich unwitziger. Von welchem Film sprach letztens eigentlich Chris mit dem ganzen schwarzen Humor? Weißt du, was ich meine? Nö, man hat das ja irgendwann mal angesprochen. Ich meine in der Mont Your Friends oder in der Season. Film mit schwarzem Humor? Keine Ahnung. Schade, den würde ich gerne mal sehen. Wahrscheinlich irgendein Disney-Movie. Vielleicht Cinderella vielleicht. Wahrscheinlich. Die N-Version, ja. So, dann macht der ja schon die weitere Challenge hier. Nein! Scheiße! Scheiße! Was denn? Ich hab ja das N-Wort gesagt, Mama. Echt? Echt? Ich hab's nicht gehört. Ich hab's nicht gehört. Ich auch nicht. Spät nicht. Ich hab mich doch gerade... Ich hab euch gerade so beleidigt. Oh Junge, ich muss das rausschneiden dann. Wenn man nicht darauf achtet, ey. Ich hab da ohne Witz nicht gehört. Ich hab's auch nicht gehört. Ja, ich hab's aber gesagt. Ich hab irgendwie nur... Ich hab irgendwie nur die Hälfte von dann so. Ja, macht ihr schon die anderen Challenge hier? Da hab ich abgeschaltet. Da hör ich ja gar nicht mehr. Leider lass ich immer außen vor. Ja, das ist echt so. Mittlerweile muss man versuchen, den wahren Kern herauszuschälen. 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 Die Aufgabe des investigativen Journalismus ist es. Den wahren Kern aus der Sache herauszuschälen. Danke. Wenigstens kennt er die Wahrheit. Ja. Er nennt sich nicht umsonst Enthüllungsjournalist, oder? So gut. Sie meinen die Verliese des Vatikans. Ja, die auch. Area 51. Area 51. Die Bank des Vatikans. Sie meinen die Verliese des Vatikans. Ja, die meine ich auch. So ein Schwung, ey. Was hast du denn jetzt? Das ist doch heute, das ist doch heute hindenken gelegt. Dass Adolf Hitler Schichtleiter im agentischen VW-Berg war. Das bis 1968. Liam wird das angesprochene Video natürlich in die Videobeschreibung tun. Nicht. Halt die Fresse, ey. Ja, Mann. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Video heißt. Die Kommunisten wollten damals den Mond rot färben. Damit auf der ganzen Welt die Farbe des Kommunismus erstrahlt. Und des Sozialismus. Nein, die Sozialisten hatten diesmal damit nichts zu tun. Aber die Amerikaner wollten ihnen dann vorkommen, indem sie einfach mit weißer Farbe Coca-Cola draufschreiben wollten. Du musst hier drauf. Wir haben die Challenge schon gemacht. Mega easy. Ich hab den schon gemacht. Mega easy. Mega easy musst du natürlich noch dahinter. Ja, ist auch wirklich easy. Easy. Dafür, dass es die letzte ist, ziehst du schon relativ ein. King easy. King easy. Ich hoffe... Ach nee, das will ich mir nicht anhören. Easy. Jeder kriegt meinen Hass ab. Ratatatatatatata. Wo geht das überhaupt hinladen? Einladen? Ähm. Oh, Mann. Ja, gemacht. Junge, was ist... Du hast es grad schon gemacht. Endlich mal wieder... Ja, aber wo muss ich denn hin? Ja, aber wo muss ich denn hin? Ja, und wo geht's denn da hin? Mach ja keine Challenges ohne, dass sie zu... Ach, Leute. Dann hier. 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 So richtig schlecht. Fällst du runter. Und dann so 10 Sekunden später. Oh, scheiße. Schon wieder nicht geschafft. Ist einfach Input-Lag. Schafft. 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 Also, ich fand, dass dieses Challenge House deutlich einfacher ist, als die davor. Ich meine, die Baum-Challenge war ja unnachlich. Challenge. Das Challenge-Haus. Alter, die Fresse, Junge. Was geht denn der Sprung? Also, das mit den Bäumen, das war wohl mal das Behindertste, was ich je gesehen habe. Ganz im Ernst. Die Challenge haben wir natürlich auch offline gespielt. Das haben unsere Zuschauer jetzt gar nicht... Ja. Ja, haben aber alle durchgespielt, liebe Zuschauer. Einen Beweis findet ihr am Arsch, der weh. Es waren alle ausgerastet, aber... Wir haben es alle locker gemacht. Ungefähr 10 Minuten hat es uns gekostet. Aber das haben wir heute einen coolen Vorschlag gemacht, dass wir jetzt alle einfach ohne Checkpoints spielen. und so machen ist es auch. Erst wenn man runterfällt, muss man alles komplett nochmal neu machen. Das ganze Haus? Ja. Ne, alle, also überall, wo jetzt so steht Checkpoint oder sowas, machen wir jetzt alles nicht mehr. Warum nicht? Weil wir einfach zu cool sind. Wir sind einfach zu gut. Erinnere dich mal, diese Obsidian-Challenge. Er wurde einfach durchgegangen wie nichts. 16 hätten wir auch locker ohne Checkpoints geschafft. Wie viele Maps haben wir gezockt? Was habe ich gesagt? Alle. Alle Maps haben wir gezockt. Ach, 18 Maps haben wir schon gezockt, Alter. Ja. 18 beschissen Adventure-Maps, Alter, die keine Ahnung wie lang gehen. Eine Minute. Ja, manche gehen wirklich nur eine Minute. Ja, okay. Aber manche gehen auch, keine Ahnung, ein paar Stunden, ne? Wobei ich, manche mega kurz war. Ja, ich hatte es auch gemacht. Ja, aber manche dafür umso länger, ne? Ich meine, pro pur, pro pur, pro pur, pro pur. Wie lange saßen wir da dran, Alter? Alle Minuten in der Welt. Wie viel hast du, Lian? Ich hab 10, und du? Wie viele Diamanten, Warte? Kann ich dir direkt sagen. Und zwar, sobald ich die Truhe aufmache, sag ich die Anzahl der Diamanten. 12. Bam. So, jetzt kann ich synchronisieren. Ja, hast natürlich ein paar Challenges immer eher beendet. Ah, hier waren aber auch nur 3 drin. Boah, ich kann nicht mehr sprechen. Wo ist denn Salakandro? Ja, hier! Das war nur hinter dir, oder? Ja. 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 Ja! Ja! Ja, und jetzt? Wo soll man jetzt hin? Kann man mal runterspringen, oder was? Ja, egal, ne? So, welche Challenges jetzt hier? Kannst du keine Ahnung, Mann. Das war jetzt Challenge 16. Dann geht's weiter! Challenge 20. Oh, lol, Alter, das Schneiden wird zu nervig, eh. Oh, lol. Loll. 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 Ich werd das aber komplett rausschneiden, also das ist wirklich so, so für die Lücke, weißt du? Ich werd's nicht irgendwie überblenden mit irgendwas. Nein. Wo ist denn jetzt Challenge 17, Mann? Zu Hause? Ah, das ist doch noch ganz so ein Opfer. Ja, ja, ja. Ja, ja. Challenge 19. Ist das nicht dieses verkackte braune Haus hier? Das verkackte. Kein Plan. Kein Plan. Ey, 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 ey. Wenn du kein Plan hast, das war mir klar, ey. Ey. Hier kann man auch vor die Füße scheißen, du merkst es nicht. Wo ist denn jetzt hier Challenge 18? Hier ist Challenge 18. Nee, 17, meinst du? Das war doch gerade hier 16. War es denn jetzt? 16 war das, ja. Also Challenge 17. Hast du gefunden, oder was? Dann ist das, glaube ich, dieses Gebäude. Challenge 10? Hä? Natürlich ist das braun, aber wo geht's denn da rein? Gar nicht. Ja, deswegen, ja. Ich wundere mich, da geht's echt nicht rein. Das ist im Untergrund. Hier ist Challenge 17. Das ist diese schwule Wüstenstadt hier. Ich gehörte, dass die überschwungen wird. Nee, hab ich nicht gehört. Was ist das? Wo geht's denn nochmal? Wo müssen wir noch eine Wichse finden? Hier, warum geht's nicht? Hier sind neun Diamanten versteckt, und die müssen wir finden. Nein, Challenge 18. Let's go. Das war nämlich der Tower hier. Das weiß ich noch. Hier der Tower ist Challenge 18, ne? Alter, Junge, jetzt kannst du deine scheiß Fretze halten. Wir haben es jetzt beim ersten Mal schon alle gehört. Above the Clans. Jump. Jump. Loy. Ach nein. Boah. Junge. Scheiße, ich fäll' wieder runter. Oh Gott. Boom. Boah, Loy, Alter. Voll gut gemacht. Ja, jetzt bin ich in dem Bett, wo diese Hütte hier ist, ey. Was, ein Fail, ey. Habt ihr's geschafft? Nee. Ja, Mann. Lass da mal ein Bett hinmachen. Scheiße. Scheiße. Junge, was hast du gesagt? Wohin, sag mal, wenn du da bist. Ich bin da. Ich bin da. So, jetzt lass' ich aber den Dingensmodus ganz kurz an. Nein. Ich hab keinen Bock wieder zu sterben. Und jetzt? Ja, hast du verloren. So, runter. Seid ihr nur so scheiße oder tut ihr nur so? Okay. So, gemacht. Ist irgendwo der Spawn? Ist das nur für mich der Spawn, oder? Voll einfach gewesen, ne? Levios. Ja, Boots reinpacken, ne, Leute? Boots reinpacken? Leute. Ja, steht da. Ja, wo sollen wir denn jetzt hier lang, Alter? Bist du so behindert? Ey, Junge, das wird man nicht mehr mit den Diamond Boots überleben, den Sprung. Naja, Liam, du bist so witzig, ganz im Ernst. Checkport! Wollt ihr mal gucken, ob der Dingensmodus runtergeschlagen werde? Das haben wir das Spiel noch ohne Checkpoints. Wenn mir hier runterfällt, müssen wir alles nochmal machen. Ja, ne? Die ganze Mette. Alles. Ja, Liam, ne? Ja, Liam, ne? Seid mal, seid ihr nur so scheiße, oder seid ihr so scheiße? Frag mal Lian, Alter. Ah, ah, ah! Vierer, ey. Der bereitet mir immer Schluss. Der bereitet mir Schwierigkeiten. Ja, Junge. Ja, aber es ist aber immer so, immer der Vierer. Junge, fliegt doch schneller hoch. Du miese Offizier, ne? Oh, ey, klasse! Checkpoint! Geh mal weg da, ich kann den Knopf nicht betätigen! Ja, Pech. Geh mal weg! Ja, ne, ganz im Ernst. Die Challenge hat ihr... Ne, ne. Ne, ne. Ganz im Ernst, Alter, ich stört, der Platon wird runtergeschlagen, Alter. Du bist so ein Opfer, wirklich. Was ist denn jetzt hier? Mal weg, Lian. Ja, ich geh auch weg. Zack. Ich bringe mich direkt weiter, du Mieser. Beile rüber. Scheiß, Typ. Ja, Lian, was wolltest du sagen? Das anstrengt, das Wort nicht zu sagen, Mann. Also nicht, dass wir das häufig benutzen würden. Dann kannst du das gar nicht. Nur wenn es wirklich angebracht ist, dann lass es eigentlich immer. Hui! Fick dich, du Stück Scheiße, ey. Oh, der Sprung ist scheiße, der ist verdammt scheiße. Ich hab dir gleich runtergeschlagen, von den ganzen Witzigen wieder. Ah, ihr seid echt witzig. Habt ihr so nicht gerade selber runtergefallen? Nee. Ich hab's doch gar nicht berührt. Naja, wir haben die Fresse. Italiener. Wenn sich Italiener jetzt beleidigt fühlen. Oder wie ich diesen Sprung hier nicht hinkriege, ne? Meine Finger sind einfach viel zu Querschnittsgelenk. Das bekomme ich noch nicht mehr. Ich hab' einmal geschafft, dann haut er mich, dann hat er wieder runtergeschlagen. Ja! Ich hab' einmal nacheinander. Ich hab' einmal nacheinander. Ich hab' einmal nacheinander. Ja! Ja.